So, hallo und herzlich willkommen zum Nachhinein-Interview nach dem Finale zwischen Konrad und Pascal. Endstand 4 zu 2 für den Lieblings-Snoop. Wir hören mal rein, die beiden quatschen glaube ich schon. Ich verliere gerne, ich bin ein guter Verlierer, du warst besser als ich. Ich habe da gar kein Thema damit, weißt du. Wenn ich gespielt werde, werde ich gespielt, aber das ist nicht fair, wie du gespielt hast. Das tut mir leid. Das ist voll meine Meinung, ich brauche schon gar nichts zu entschuldigen. Ich lasse mich lieber von einem ESL-Profi fünfmal durch den K.O. und den Arsch füllen, als von so einer unsportlichen Scheiß, was du abziehst, ehrlich. Ja, aber das tut mir leid. Ja, brauchst du dich entschuldigen. Weiß ich, was du für ein Problem mit mir hast oder ob du vielleicht selber ein Problem hast, keine Ahnung. Aber das ist, ja, kann ja sein, dass du irgendwie es nötig hast, Menschen zu provozieren in einem Spaßturnier. Nein, niemals. Ja, genau. Können wir das Interview jetzt machen oder was du da auch vorerst, Frieden Friseur, weil ich habe keinen Bock, mit diesen Menschen noch ein Wort zu reden. Okay, ich sehe schon, ihr habt Spaß, ja. Erinnert mich ein bisschen ans Interview mit Storm, da war es auch nicht reingekommen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht mehr, weil ich verloren habe. Ich verliere gerne. Digga, guck mal, ich bin davon ausgegangen, dass ich in diesem Turnier das allererste Spiel verliere. Ja. Was gehst du gegen diesen anderen? Ich bin auch davon ausgegangen, dass ich gegen Storm verliere. Das interessiert mich nicht. Ich verliere auch viel im FIFA. Das interessiert mich nicht. Aber die Art und Weise, wie man gegen seinen Gegner spielt, ist respektlos und das war's. Also der Pascal ist jetzt der Meinung, ich hätte ihn seine Tore absichtlich schießen lassen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Nicht alle. Also wie gesagt, alleine jetzt in diesem letzten Spiel, guck dir bitte meine letzten zwei Tore an. Wenn das nicht absichtlich ist, bin ich ein ***. Nein, war wirklich keine Absicht. Ja. Ich weiß, du hast voll ernst gespielt. Ich weiß. Ich guck mir grad, also das erste war, also die letzten beiden, ne? Ja, du kannst dir da, wo ich rangekommen bin, er hat ja auch, ich glaub, er hat ja 2-0 insgesamt geführt und dann in irgendein Spiel bin ich rangekommen, wo er 4-1 geführt hat und hab's noch gedreht. Ja. Ähm, auch ganz zufällig gedreht, so. Ganz zufällig. Also man hat's im Video, man hat's im Video ja eh gesehen, ja? Also, Pascal... Ja, du, wie gesagt, ist ja auch okay. Ich meine, guck mal, ob er ernst gespielt hat... Also den Chat mein ich jetzt, ja. Ob er ernst gespielt hat oder nicht, ist mir egal. Er hat sowieso gewonnen. Er ist sowieso stärker als ich. Ich bin kein Mensch, der das nicht zugeben kann. Scheiß nicht, Storm, dass ich irgendwie mich besser reden muss. Ich bin schlechter als er, fuckt. Ich bin schlechter als er, fuckt. Ganz einfach. Aber das ist unheimlich respektlos und frech, wie er spielt. Und das ist so. Auch dieses, wenn ich sage, dass das provoziert oder sowas, dann hundertmal da Obst und hundertmal hintereinander Sorry zu schreiben, das ist einfach nur reine Provokation und ich weiß nicht, was für ein Problem er mit sich selber oder mit mir hat, keine Ahnung. Aber das ist absolut lächerlich. Was sagst du zu diesen Vorwürfen, Konrad? Naja, that's the game. Okay. Naja, was soll ich denn dazu sagen? Das Einzige, was Absicht provokant war von mir, ganz klar, war die Stupserei. Das war auch von Anfang an so von mir geplant. Deswegen habe ich mir auch ein Teufelchen-Auto gemacht, weil ich mir gedacht habe, der Pascal ist ja ein sehr temperamentvoller Mensch. Den kannst du mit sowas vielleicht aus dem Konzept bringen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn jetzt an der Nase rumgeführt habe oder sonst irgendwas. Weil zwischendurch, auch als es 2-2 stand, das war niemals Absicht von mir, dass es so kam. Da habe ich echt kurz gedacht, oh weia, das könnte noch eng werden. Aber wenn er das jetzt anders sieht, okay. Ja, guck mal, diese Situation, ich weiß nicht welches Tor, das war in welchem Spiel. Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein Spiel, wo ich dann noch gewonnen habe. Das war eine Situation, die war kurz nach dem Anstoß. Statt dass du den Ball verteidigst, ist du auf mich drauf und sprengst mich und kassierst das Tor. Ja gut, aber die wäre wahrscheinlich sowieso rein. Nein, das war ein Ball, du hast so viel Zeit gehabt, du hast so viel Zeit gehabt, den abzuwerden. Der hat sogar meine Oma mit einem Rollstuhl noch abgewehrt. Guck dir das zwar einfach online dann an, ist egal. Ja, aber guck dir beide Spiele an, wenn ich rückwärts so einen Ball retten will, das klappt in einem von zehn Fällen vielleicht. Das war nicht rückwärts. Wir standen an der Mittellinie, beide, und ich bin rechts gefahren, von meiner Sicht, nach rechts gefahren auf den Boost. Und statt dass du den Ball rettest, bist du mir hinterher gefahren und wolltest mich einfach nur umschmeißen. Das sind so Sachen, ich, guck mal, ich verstehe nicht, warum man das machen muss, das ist für mich nicht fair. Das Spiel erlaubt ist, aber es ist für mich, ich mach das nicht. Wenn du vorm Tor bist und das Tor schießen kannst, ich spreng dich nicht um. Aber du machst das, ist okay, ist deine Spielweise, mag sein. Aber wie gesagt, GG an dich, du warst sowieso der bessere Spieler. Ich bin kein Opfer, der sagen muss, ich war besser, hast nur Glück gehabt oder sonst was. Aber überleg einfach mal deine Spielweise ein bisschen und denk ein bisschen nach. So, ich gönne dir den Sieg, du hättest sowieso gewonnen, ob du mich rankommen lassen hast oder nicht. Ist egal, es hätte auch 4-0 ausgehen können, es hätte 4-1 ausgehen können, es hätte auch 4-3 ausgehen können, ist egal. Fakt ist, du warst besser, du hast mich hochgenommen, ein gutes Ende. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Okay. Du kannst jetzt zum Strongen gehen und dich freuen und sagen, du hast mich ***. Du hast mich provoziert. Also ist dein Plan komplett aufgegangen? Super. Okay. Ähm. Gut. So war es nicht gedacht, dass wir hier, weiß ich nicht, gefühlt das letzte Interview in einem Gerichtssaal sitzen. Ja, du musst das auch nicht reinschneiden. Wir können jetzt auch nochmal ganz neu einfach simpel aufnehmen. Nein, das ist ja völlig okay, das sind halt die Emotionen, die durch dieses Spiel... Ja doch, das ist ja jetzt deine Meinung zum Spiel und das ist ja auch absolut okay. Das ist wie bei einem Interview direkt nach einem Fußballspiel. Genau. Nein, guck mal. Da sage ich da auch nicht zum Spieler, so jetzt beruhigen wir uns kurz, trinken einen Tee und dann sagen sie mir nochmal das Richtige. Das geht mir schon seit dem 2-1 durch den Kopf. So. Seit dem Spiel habe ich abgeschaltet. Ja, aber warum? Digga, weil guck mal, ich bin nicht behindert. Ich merke doch, ich merke doch, dass du mich rankommen lässt. Ich merke das doch, Alter. Ich merke das, Mann. Das war aber nicht so, wenn ich es dir doch sage. Wenn du den Spieß um und ich schwöre, du merkst das. Wenn du der schlechtere Spieler bist gegen einen und Digga, du bist viel besser als ich. Im 1 gegen 1, viel, viel besser. Also ich kann dir sagen, was mir durch den Kopf ging nach ein paar Spielen, dass du verdammt gut auf meine Spielweise eingestellt bist, weil du im Mittelfeld alles zugemacht hast. Das sieht man auch im Spiel. Ich konnte nie meine typischen Spielzüge aufbauen, wie ich sie eigentlich mache. Das stimmt allerdings, ja. Ja, deswegen musst du jetzt nicht sagen, ich wäre jetzt irgendwie hier, hätte mit dir gespielt. Also diese typischen Konrad greift andere links, die gab es nicht einmal. Ich hatte richtig zu kämpfen mit der Art, wie du gegen mich gespielt hast. Deswegen ist das Blödsinn, was du sagst. Nee, wie gesagt, das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung. Und auch in-game die Sachen, das ist einfach, guck mal, das ist ein Turnier. Hier geht es nicht um Geld, hier geht es einfach nur um Spaß. Richtig. Guck mal, ich verstehe nicht, warum... Dann lass uns doch Spaß haben. Ja, aber guck mal, okay, wir haben Spaß. Warum von vornherein willst du mich provozieren? Was ist dein Ziel? Warum machst du das? Guck mal, du weißt, wie ich bin. Du weißt, wie ich bin. Du weißt, ich habe Temperament. Warum kannst du nicht einfach fair freundlich gegen mich spielen? Warum musst du mich provo... Warum willst du von vornherein mich abfacken? Warum? Wenn es um Spaß geht. Weil du sonst gewinnst. Das hat damit nichts zu tun. Digga, du weißt, dass du besser bist. Digga, du weißt, dass du besser bist. Du hättest gegen mich auch gewonnen. Ich will nicht sagen, dass du unfair gespielt hast, Gottes Willen. Du hast fair gespielt, das darf man ja in Rocket League machen. Man darf ja seine Gegner abfacken. Man kann auch seine Gegner im Chat beleidigen. Man kann ja alles machen, das ist kein Problem. Nur, ich... Guck mal, das ist jetzt auch ein Grund, warum ich in den nächsten Turnieren, wenn er mich fragt, ich werde nicht mitspielen. Weil, für mich geht es hier um Spaß. Nach dem Halbfinale, diese Diskussion mit Storm hat mich schon mega abgefuckt. Weil, ich habe nicht gesagt, dass ich besser bin. Ich habe nicht gesagt, dass ich besser bin. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich der Größte bin. Ich mache meine Scherze, wie ich vor dem Spiel gesagt habe, ich gewinne gegen dich 4-1. Das ist Scherz und das habe ich auch gesagt. So, da fing das für mich schon an, dass man, dass Leute das zu krass ernst nehmen. Ja, aber deswegen dachte ich, kannst du so Späßchen auch abwenden? Nein, Späßchen, nein, nein, aber das ist Provoziererei. So, guck mal, ich bin vor dem Tor, das Ding ist eigentlich drinne und du sprengst mich einfach weg. Ich würde das gegenüber dir, ich würde das nicht machen. Sag ich dir, es ist, ich würde das nicht machen. Das hätte ich aber gegen jeden anderen auch so gemacht, ganz ehrlich. Ja, aber für mich ist das einfach nur Provokation. Und das, wie gesagt, aber wie gesagt, es ist deine Spielweise, es ist auch in Ordnung. Nur, wie gesagt, ihr könnt euch ja die Sachen in YouTube nochmal angucken, das ist kein Problem. Aber ich finde, das war, ich weiß nicht, kein Spaß, sondern das war, mir hat das Halbfinale gegen Storm Spaß gemacht und gegen den anderen auch nicht, weil ich gewonnen habe, sondern weil die Spiele einfach cool waren und fair waren. Und gegen dich hat es mir von Sekunde eins, mir war klar, dass es gegen dich schwerer wird als gegen die anderen, weil du sehr, sehr gut dribbeln kannst und ich mein Spiel nicht spielen kann, weil ich weiß einfach, ich kann dich nicht angreifen lassen. Ich bin ja nicht dumm. Aber das Spiel hat keinen Spaß gemacht gegen dich. Alle sechs, ich glaube, sechs Spiele waren das, 4-2 ist Ausgang. Keines dieser Spiele hat Spaß gemacht. Auch nicht die Spiele, wo ich gewonnen habe, haben Spaß gemacht. Nicht eines gegen dich zu spielen hat Spaß gemacht, weil da einfach null der Spaß im Vordergrund stand, sondern einfach nur die Provokation, die Abfucks, wie gesagt, diese Situation, dass du mich wegsprengst, obwohl der Ball in dein Tor kullert. Das sind so Dinge, nee, macht man nicht, macht man nicht. Das ist, macht man einfach nicht. Das ist wie bei FIFA, wenn ich gegen ein Online-Spiele, ich renne danach auch nicht, wenn ich ein Tor schieße in die Kamera und fuck den einfach ab und mach den hässlichsten Jubel, den es gibt, weil das ist unsportlich. Aber bist du nicht auch derjenige, der Provokation gern als Spaß sieht? Also so war jetzt meine Auffassung, dass man mit dir solche Späßchen machen kann. Ja, aber was für eine Provokation denn? Wenn ich ein Tor schieße und du mich wegsprengst, wenn ich einen Boost nehme und du mich einfach wegkickst die ganze Zeit, das ist für mich kein, das ist auch, was ist das? Ich meine nur, das ist provozierend, du kannst mich beleidigen von A bis Z. Nee, das mache ich nicht. Kannst du machen, was du willst, aber im Game, finde ich, hätten wir einfach fair spielen können. Du hättest, ich will nicht sagen, du hättest trotzdem gewonnen, auch wenn du mich fair spielen lassen hättest. Ich hätte wahrscheinlich zwei, drei Tore mehr geschossen. Du hättest trotzdem am Ende des Tages gewonnen, so ist das nicht. Es hat jetzt nichts dazu beigetragen, dass du das Spiel verloren hättest. Gottes Willen, das will ich auch gar nicht sagen. Aber Fakt ist, für mich sollte dieses Turnier Spaß machen. Die ersten beiden Spiele gegen Storm und gegen den anderen hat es auch Spaß gemacht. Und ich nehme auch an, gegen den Malki und gegen Seleukit hätte es mir auch Spaß gemacht. Aber gegen dich macht es einfach keinen Spaß, weil das kein Spaß, faires Spiel ist. Das ist einfach so. Ich habe für mich, nach dem 2-1-Sieg von mir, beziehungsweise nach dem 2-0, ich habe nicht aufgegeben, weil Rocket League ist verrückt. Aber ich war schon immer im Modus, zu überlegen, was ich dir im Interview danach sage. Weil mir so vieles einfach aufgefallen ist, dass du nur provozierst. Diese Provokation mit der Pause machen, das nehme ich gerne auf. Ich verstehe zwar nicht, warum man sich da einen Spaß drüber macht, verstehe ich wirklich nicht. Aber das ist eure Sache so, könnt ihr euch als Gag nehmen oder was auch immer, ist okay. Diese Provokation habe ich nicht ernst genommen, ist auch okay. Könnt ihr euch einen Spaß machen. Aber in dem Sinne sind halt einfach Dinge so, die gehen halt einfach für mich nicht klar. Und ich weiß auch nicht, warum man das mit der Pause bespaßen muss, weil das ist mein absoluter Ernst. Ich habe jetzt gegen dich keine Pause genommen, weil mein Pizzi ist abgestimmt. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, bei der Pause, du warst hier glaube ich kurz weg oder hast die Verbindung verloren oder sowas. Ja. Und da habe ich zum Konrad gesagt, dass du kurz weg bist, weil du die Verbindung verloren hast. Und dann hat er halt daraufhin gesagt, okay, er geht jetzt einen rauchen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur fairerweise dazu sagen. Nein, 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 das meine ich, ich meine das gar nicht. Okay. Ich meine, vor dem Spiel gab es ja auch dieses Pausen machen hin und her. Habe ich nicht ernst genommen, alles in Ordnung. Provozier mich. Über diese Provokation lache ich, verstehst du? Aber ich sage nur, dass man da Spaß drüber macht, verstehe ich nicht, weil das ist mein absoluter Ernst. So, wenn das Spiel jetzt 2-2 gestanden hätte und ich jetzt nicht in meinem Modus gewesen wäre und wenn mein PC nicht abgestürzt wäre und sonst was, dann hätte ich auch nach dem 2-2 eine Pause genommen. Aber ich habe eh schon sozusagen eine Pause gehabt, weil mein PC abgestürzt ist. Mega abgefuckt, aber das ist halt passiert so. Ja. Kann man nichts dran ändern. Und fertig, ist doch in Ordnung. Gut, dann kann ich aber auch dazu sagen, dass du derjenige warst, der in der WhatsApp-Gruppe vorher Beef wollte, der battlen wollte. Da habe ich gedacht, ja, das nehme ich an, das ziehen wir dann eiskalt bis zum Schluss durch, auch in-game. Ja, gut, das ist dann eine Auffassung, die einfach komplett falsch ist. Ich dachte, ich gebe dir das, was du willst. Das war Spaß in der Gruppe, dass wir uns aus Spaß angehen, aber sonst war es so, mein war das nicht. Und ich bin nie ein Spieler, der irgendwie provokant spielt oder unfair spielt oder sonst was. Aber du machst das anscheinend gerne, ist doch kein Problem, wenn es deine Spielweise ist und du somit durchkommst, ist es in Ordnung. Ich gönne dich jeden Erfolg, ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich fand das einfach nicht in Ordnung so. Ist einfach nur meine Meinung und ich stehe auch zu meiner Meinung, dass mindestens ein Sieg dieser Siege, die ich geleistet habe, nicht auf meinen Mist gewachsen sind. Aber wie gesagt, du sagst was anderes, ich sage jeder seine Meinung, soll sich jeder seine Meinung bilden, ist gar kein Problem. Ich will dir das auch nicht unterstellen, das ist einfach nur meine Meinung und mein Gefühl. Das soll kein Vorwurf sein, aber es ist einfach nur mein Gefühl. Und wenn meine Gefühle rede ich halt einfach und sag das einfach raus. Ja, ist ja okay, aber wie gesagt, zum Spiel kann ich nur sagen, durch deine Spielweise hast du es mir wirklich nicht einfach gemacht. Also ich habe dir garantiert nichts geschenkt. Das sieht für mich anders aus. Aber ist auch egal, das tut es nichts zur Sache. Du hast das Ding gewonnen, du hast verdient gewonnen, du hast die anderen Spiele 4-1 und 4-2, glaube ich, gewonnen gehabt. Du hast gegen mich 4-2 gewonnen. Du bist der Beste im Turnier gewesen. Gibt es nichts zu diskutieren, fertig. Ich betone nochmal, ich bin nicht mad, weil ich verloren habe. Ich betone das wirklich nochmal, weil ich habe keinen Bock, dass mir das ausgelegt wird, so der Terror-IP der holt rum, weil der verloren hat. Absolut nicht. Ich schwöre bei Gott, Konrad, hätte ich das Ding aus irgendeinem dummen Zufall noch auf 4-3 getritt und hätte gewonnen. Ich wäre genau so danach gewesen. Ich hätte keinen Spaß gehabt, dass ich das Turnier gewonnen hätte. Nur für die Zuschauer, falls die welche zuschauen. Falls, ja. Das ist kein Grund, dass ich mich irgendwie abfacke, weil ich verliere. Ich bin so einige Schwänze aus FIFA gewohnt. Einige. Und deswegen ist Verlieren für mich nichts Neues und gar kein Problem. Nur die Art und Weise, wie man verliert. Aber wie gesagt, ist doch in Ordnung. Du hast so gespielt, zwar deine Spielweise, warst erfolgreich damit, hast mich gut abgefuckt und hast das Ding gewonnen. Passt doch. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Hast du noch was loszuwerden, Konrad, zu der ganzen Geschichte oder zu den Spielen allgemein? Ja, zum Turnier allgemein. Einfach ein Danke an dich, dass du dir die Arbeit wieder gemacht hast. Das heißt, es macht auch immer wieder Spaß, sich das Ganze auch anzugucken, auch die ganzen anderen Spiele. Dankeschön. Ja. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. War mal wieder sehr lange her das letzte Mal. Ich glaube, wann war das letzte Mal 2016 oder so? Keine Ahnung. Da lief es ja leider nicht so gut. Aber diesmal war eigentlich alles gut. Bis auf manche Zwischenfälle jetzt im Finale. Aber ansonsten alles. Hat ja Spaß gemacht. Müssen wir auch ein Turnier machen, wo der Frieden Friseur auch mal mitspielen kann. Ja, wie gesagt, wenn mal jemand ein Turnier machen möchte, ich lasse mich gerne in der ersten Runde rausballern. Das ist gar kein Ding. Aber ich würde mal vielleicht als Anregung, das ist jetzt nicht auf uns bezogen, aber ich würde mal vielleicht als Anregung, das ist mir auch vor Ort, ich bin schon aufgefallen. Es kann ja immer mal passieren, dass Leute hitzig werden. Zum Beispiel bei Storm gegen mich war es ja dann auch so. Also ich würde vielleicht das mit diesen Interviews direkt danach gar nicht machen. Ich würde vielleicht die Leute einzeln so befragen, ob alles in Ordnung war und hin und her. Und wenn die Luft ruhig ist, dann kann man zusammen ein Interview machen. Aber ich finde, du solltest vielleicht die Leute einzeln interviewen. Ist nur eine Anregung. Weil das ist mir gegen Storm schon aufgefallen, dass alles, was ich gesagt habe, sowieso für ihn falsch war. Und jeder soll einfach seine Meinung haben. Also es ist nur eine Anregung. Ja gut, dazu muss ich ja sagen, zur Verteidigung, normalerweise habe ich es ja auch immer so gemacht bei den anderen Turnieren. Aber jetzt bei dem Turnier habe ich mir gedacht, komm, es ist erstens eh nur ein Spaßturnier. Ich meine die anderen auch, aber hier ja noch mehr. Und bei den anderen war es halt immer so, dass wir Teams hatten. Und dann konnte man mit dem Team halt reden. Und hier wäre es ja dann nur eine einzelne Person gewesen. Darum habe ich mir gedacht, komm, machen wir es zusammen. Aber beim nächsten Mal kann man es ja auch wieder so machen. Ja, du kannst machen, wie du willst. Das ist nur eine Anregung von mir. Wir können ja noch mal ein Interview machen, wenn die Emotionen sich gelegt haben. After Emotion Interview. Konrad, ich bin völlig ruhig, ehrlich. Wie gesagt, wäre ich nicht ruhig, würde ich nicht hier sitzen und sagen, ich gratuliere dir zum Sieg und bla bla bla. Dann würde ich hier sitzen und würde sagen, du *** oder sonst was. Okay. So, wenn ich Emotion drauf wäre. Das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, das ist auch alles in Ordnung. Nur, ich werde halt einfach beim nächsten Turnier wegen sowas wie jetzt einfach nicht mitmachen, weil ich habe keinen Bock auf sowas. Aber, um sowas in der Zukunft einfach zu vermeiden, damit Friseur seine Turniere auch spaßig weitergehen und ohne, dass sich Leute gegenseitig abwacken, ist einfach die Anregung, dass er einfach die Interviews mit den einzelnen Personen führt und das war es. Weil dann erschützt sowas gar nicht. Weil dann sage ich ihm meine Meinung, du sagst ihm deine Meinung. Dann, also was ist deine Meinung? Und er fragt dich, du gibst die Antworten. Er fragt mich, ich gebe meine Antworten. Und dann kann er das zusammenschneiden und dann können die Zuschauer sich ja ihre Meinung bilden. Und so ist natürlich für mich die entspannte Position. Ich muss nur auf den Aufnahmenknopf drücken. Join in den Raum und das Gespräch läuft von selbst. Ja, aber es ist nicht in der Sache, dass sich Leute gegenseitig abwacken. Nein, aber es war ja auch, wie gesagt, also im ganzen Turnier war es eigentlich auch nie der Fall. Außer so teilweise bei Storm und dir und halt heute so ein bisschen. Aber ansonsten war ja auch alles immer gechillt. Ja. Kannst du dir sparen, Konrad? Sorry. Ich spare dir das. Ich spare dir das. Einfach ehrlich, Junge. Weil gleich hast du mich, Alter. Ohne Witz, ich spare dir das. Weil das ist mit Storm, das ist nicht von mir ausgegangen. Na stimmt. Gut. Ich würde mich einfach mal in den Mund halten, weil man keinen Plan hat, ehrlich. Ich würde sagen, wir werden... Buddy disconnected from your channel. Tschüss. Wir werden niemals herausfinden, ob Konrad jetzt ihn absichtlich hat gewinnen lassen oder nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin da jetzt mal ganz neutral. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Hat Konrad den lieben Pascal teilweise gewinnen lassen oder nicht? Oder hat Pascal vielleicht am Ende sogar Konrad gewinnen lassen? Das weiß ich. Ja. So, jetzt machen wir noch ein Eins-Interview, wie das Pascal wollte. Oder so. Äh, ja. Glückwunsch zum Sieg. Ich wollte eigentlich Pascal auch noch Glück wünschen hier, dass er soweit gekommen ist. Hatte ich jetzt leider nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ja, schade. Wie gesagt, ich... Ja. Also, ich habe mir ja auch schon ab dem zweiten Spiel Gedanken gemacht, was ich im Interview danach sage. Und wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass er gut auf meine Spielweise eingestellt war. Dass er mir, mich mein Spiel auch überhaupt nicht spielen lassen hat. Äh, aber ich kam jetzt ja nicht wirklich dazu, ihn irgendwie positiv zu beglückwünschen für irgendwas. Leider. Na gut. Kannst du ja jetzt noch machen. Dann, äh, hört das vielleicht im Nachhinein noch. Ja, also wie gesagt, äh, eigentlich GG an Pascal, weil er es mir wirklich nicht einfach gemacht hat. Und ich ihn auch kein Spiel gewinnen lassen habe. Äh, dass ein oder andere Tor mit Sicherheit aus einer Nachlässigkeit entstanden ist. Aber mit Sicherheit habe ich ihn nicht absichtlich irgendwelche Tore schießen lassen. Mhm. Und wer mich kennt, der weiß das eigentlich auch, dass ich für manche Aktionen, die vielleicht ein bisschen tapsig aussehen, hat man in den Spielen davor ja auch gesehen, äh, bin ich halt einfach bekannt. Gut, liegt halt auch vor allen Dingen daran, dass du, äh, die Ballkamera so vehement meidest. Und, äh, richtig. Wobei ich mittlerweile, ich habe es heute jetzt mal versucht, ab und zu mal die Ballkamera zwischendurch zu nutzen. Aber da komme ich ja komplett durcheinander mit Knöpfe drücken. Ja gut, das ist vielleicht jetzt auch im Finale vom Turnier vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Aber okay. Na ja. Also auf jeden Fall an der Stelle, falls Pascal hier zuschauen sollte und natürlich auch für alle anderen, die zuschauen, von meiner Stelle aus, ähm, nochmal Dank an alle, die beim Turnier mitgemacht haben, an alle, die natürlich auch zugeguckt haben und die Kommentare dargelassen haben. Ähm, sorry natürlich auch an die Leute wie Vizcava, Fallapfel oder sonst wer, der gerne teilgenommen hätte, aber nicht teilnehmen konnte, weil das Turnier halt schon voll war. Tut mir leid, aber es war halt diesmal nur ein Acht-Mann-Turnier, damit das Ganze überhaupt irgendwie terminlich hinhaut. Äh, die Aktion hieß, ich schenke euch den März. Das Finale nehmen wir am 9. April auf, das heißt, die Folge wird rauskommen gegen Ende April wahrscheinlich. Von daher, ähm, seht's mir nach, dass ich jetzt kein Riesenturnier draus gemacht hab, weil sonst wär's geworden, ich schenke euch 2018 und das wollen wir ja nicht. Ja, ähm, wie gesagt, auch nochmal gut gespielt an Pascal, er ist viel weiter gekommen, als ich das gedacht hätte, muss ich echt sagen. Dafür, dass er ja wirklich privat auch gar kein Rocket League spielt, also außer jetzt halt im Turnier. Ja, das muss man ja dazu sagen, ne? Hätte ich, also gegen Sintix, okay, den konnt ich nicht einschätzen, gut, ist er weitergekommen, hab ich mir jetzt nichts Großes gedacht, aber auch, dass er gegen Storm weiterkommt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, wie man sagt, Storm hat ja knapp 400 Spielstunden, ich hab knapp 300 Spielstunden. Aber ich glaube, der hat sogar noch ein paar mehr. Und er hat ja auch noch einen Playstation-Account, wo er ja auch nochmal drauf gespielt hat, ne? Ja, und ein Switch-Account. Auch noch. Wo er auch noch spielt. Also, der Storm, der ist schon Veteran und da hat sich Pascal richtig gut reingebissen und ist am Ende dann auch verdient weitergekommen, muss man sagen. Und ja. Schade, dass deine Taktik heute so gut aufging mit dem Nerven, dass du wahrscheinlich auch mehr so geholt hast. Wenn ich gewusst hätte, dass er so reagiert im Nachhinein, hätte ich das bestimmt nicht so gemacht. Nur, ich bin davon ausgegangen, weil er im Vorfeld schon so ein bisschen Beef-Battle überhaupt. Deswegen sieht man ja auch, ich hab mein Auto ja extra als Teufelchen gemacht. Normal hab ich ja immer Herzchen und so. Ja, stimmt. Gut, wenn ich gewusst hätte, dass das stimmungsmäßig so in die Hose geht, hätte ich es natürlich gesteckt, ne? Ja, gut. Aber das weiß man ja vorher nicht immer. Tut mir leid an der Stelle. Okay. Ja, so ist es halt jetzt. Mein Gott. Was willst du machen? Steckst du nicht drin. Aber natürlich am Ende dieses Turniers auch nochmal an dich. Großen Glückwunsch. Turnierteilnehmer der ersten Stunde. Du hast ja bei allen Turnieren mit dabei, die ich bis jetzt organisiert hab. Waren ja nicht so viele. Bei allen bisher kläglich versagt. Bisher kläglich versagt. Und jetzt im 1 gegen 1 Turnier hast du mal gezeigt, was du kannst. Ja, das ist mal schön. Das glaub ich dir, ja. Ich hätte ja eigentlich auch im 2 gegen 2 Turnier mehr erwartet. Aber da hattet ihr auch sehr schwere Gegner. Ich erinnere mich. Das war ja eine richtige Asu-Gruppe. Da waren wir auch beide irgendwie neben der Kappe an dem Tag. Ja, aber auch wenn ich nicht neben der Kappe gewesen wäre, da haben ja die Freestyle los. Die waren ja von einer ganz anderen Welt. Und Mats Blanc war ja auch einfach nur gestört. Also von daher ein bisschen los Pech gehabt. Aber mein Gott. Also das muss ich schon sagen. In dem Turnier war das Niveau relativ auf einem Ding von einzelnen Ausnahmen vielleicht. Aber hier jetzt bei diesem 1 gegen 1 ist halt auch immer, wie gesagt, da kann einer 4-0 führen. Das kann sich alles nochmal, das kann so schnell gehen, zwei gute Anstöße und schon ist der andere wieder dran. Und wenn die Nerven dann flach liegen, dann wird alles nochmal ein bisschen anders. Aber das muss ich auch sagen. Ich bin auch froh. Ich hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl bei so Leuten wie Sintix oder sowas. Ich kannte sie halt nicht. Und da muss nur einer dabei sein, der es drauf hat, von der Mittellinie aus mit dem Ball Richtung Tor zu fliegen. Und dann weißt du genau, wer das Turnier gewinnt. Ja. Aber so einen hatten wir zum Glück nicht dabei. Also war es ja vom Niveau her, wie du schon sagtest, ziemlich eigentlich alle auf Augenhöhe bis auf einen Anfänger, der sich aber auch Bacca geschlagen hat, dafür, dass er halt wirklich noch wenig Rocket League Stunden hatte. Fand ich schön, dass er überhaupt mitgemacht hat. Ja, fand ich auch schön. War natürlich schade, dass er nicht weit kam, aber ja, das ist ja auch irgendwo logisch, einfach aufgrund der Erfahrung. Ja, und wie gesagt, wie du jetzt auch immer sagst, oder Pascal, dass ich da ja so der Überdribbler wäre und überhaupt, das hat in dem Turnier jetzt vielleicht gepasst, aber ich spiele Rocket League ja auch so eins gegen eins und da ist meine Gewinnquote, von drei Spielen gewinne ich vielleicht eins, ne? Also so auf meinem Liga-Level. Und da gibt es genug, die mich einfach so in die Tasche stecken, weil so doll bist ich dann auch wieder nicht. Ja, klar. Verstehe ich. Wie gesagt, das hätte sich hier auch im Skinzy oder in Mats Blanc anmelden können. Ja, dann hätten wir alle in die Wäsche geguckt. Seht die Sache vielleicht auch schon anders aus. Von daher war es ein cooles Turnier, war spaßig, jedes Spiel war spannend und man wusste nie, wie es ausgeht. Und ich fand es halt, wie gesagt, am aller, allerschönsten, dass die Leute, die schon mal bei mindestens einem Turnier dabei gewesen sind, nämlich du, Storms, Leuket und auch Pascal, dass die wenigstens die Möglichkeit hatten, mal ins Halbfinale zu kommen oder sogar ins Finale. Und von daher war das auch nochmal da, so ein, wie soll ich mal sagen, so ein kleines inoffizielles Dankeschön praktisch auch, dass ihr da immer mit dabei seid. Ja. Ja, hat auch richtig Spaß gemacht. Also wie gesagt auch, es läuft ja noch auf deinem YouTube-Kanal aktuell heute. Macht auch echt Spaß, sich die Spiele anzugucken und dein Commentary dazu. Ja, schade, dass du das Ergebnis jetzt schon kennst. Ja, aber jetzt kennen es ja auch alle. Wenn sie die Folge sehen, ja, aber am 9. April noch nicht. Ja, das stimmt wohl. Tja. Naja. Okay, also wie gesagt, Glückwunsch an dich. Dankeschön. Verdienter Sieg, würde ich sagen, im Endeffekt. Und ja, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Ja, abonniert Frittenfriseur LPS und bleib weiter bei ihm an der Stange. Unterstützt ihn bei dem, was er da tut auf YouTube. Und auf Patreon. Und, genau. Und vielleicht wird mein Kanal auch bald wieder ein bisschen aktiviert. Ui, 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 ui. Aber ich will ja nicht zu viel versprechen. Naja, hast du jetzt noch ein paar Tage Zeit, bis die Folge rauskommt. Ja, bis dahin bin ich ja schon umgezogen in andere Räumlichkeiten und dann... Hat man auch wieder eher eine Option mit Pascal und Händen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da mal was überlegen, aber... Alles klar. Mein YouTube-Kanal ist nicht tot. Er ist nur auf Pause. Er schläft. Er schläft nur ein bisschen. Im Dornröschen schlafen. Ich verstehe. Okay, ich wollte noch irgendwas Lustiges sagen und ich hab's jetzt vergessen. Von daher ist es auch egal. Das tut mir leid. Oh, das macht ja nichts. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's auch von meiner Stelle. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein an alle, die mitgebracht haben und so. Und dann bis zum nächsten Turnier, wann auch immer das sein wird. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber ich denke mal, es wird irgendwann wieder eins geben. Ja, hoffentlich. Ja. Mit viel Rucklern. Ich hatte gerade eben auch wieder Rucklern. Oh. Aber nur wenige gegen diesmal. Okay. Dann tschüss. 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 vegetation. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020